Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich bin kurz zurück zur Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Video. In der letzten Folge haben wir gegen den Königs-Loot-Rof gekämpft und ich trage jetzt auch schon den Typen direkt an meiner Haut. Schön. Ähm, ja. Ich habe mir auch, glaube ich, wieder... Das Schwert habe ich mir, glaube ich, letztens noch neu gemacht oder verbessert. Ein robustes Großschwert, weil irgendwie auch Sachen vom Yagi, glaube ich, bestehen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und, ja. Weiß nicht, ich habe, glaube ich, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, Angriffsführung. Das müssen wir machen und ich habe, ja, den habe ich eingefangen und den Betrüger, ja, hier, Kuropeko, den habe ich auch eingefangen. Von dem habe ich, glaube ich, noch nicht die ganzen Klamotten fertig, weil ich irgendwie... Doch mit, äh, für den habe ich die Klamotten fertig, ich habe für den Robo noch nicht. Weil das, ich glaube, den Helm habe ich noch nicht. Weil ich irgendwie... Da wird mir noch nicht angezeigt hier zum Herstellen, also fehlt mir noch irgendwas Wichtiges anscheinend. Aber ist egal, wir machen jetzt Angriffsführung. Ja, kein Baroff. Und das wird lustig, weil das ist ein verdammt großes Viech, wenn ich mich nicht irre. So. Ähm. Was nehmen wir dann? Jumbo Brot, Dornfleisch. Irgendwann vielleicht so Hitze oder so. Obwohl... Ne, das Viech... Aber wir müssen in der Wüste kämpfen, das weiß ich. Ich glaube, ich tue mal irgendwie sehr viel HP oder so gucken, falls das geht. Aber geht irgendwie nicht, habe ich so ein Gefühl. Ich komme immer nur 10. So, hier bekomme ich was. Gut. Und Verteidigung plus. Polierer verkürzt die Schärfungszeit. Ja, machen wir das. Und mit Geld. Ich habe jetzt wieder genug Geld, weil... Ich will die ganze Zeit Monster anfangen und so. Und da kriegst du irgendwie so 3.000, 4.000 immer. Und das ist nicht schlecht. So. Ach ja, bevor wir weitermachen, will ich hier nochmal mit dem reden, weil ich glaube, wir können wieder eine Mission hier abschließen. Hier, glaube ich, eine Zottelmaske können wir herstellen. Und wir können hier eine Insektenbox verwässern. Dann machen wir mal. Und wenn wir schon dabei sind, tun wir mal die neue Maske hier für den... Äh, Cha-Cha. Fertig machen? Ja, Cha-Cha. Ja, steht oder erklärt. Cha-Cha. Cha-Cha-Player für eine neue Maske. Vielleicht damit finden Monsterkumpel. Warum nicht? Zottelmaske erhalten. So, und dann können wir den jetzt damit ausrüsten. Und dann kann der diese Maske tragen. Und... Weiß ich nicht. Hätte ich neue Fähigkeiten und so. Was geht mit großen süßen Ohren auf das Signalmarkieren? Träger, ein großes Monster auf der Karte. Leider machen die Ohrenträger sind sieben. Und der will es deshalb, sie kaum kämpfen. Schade. Wie sieht er jetzt aus? Boah. Warum nicht? Ja, guck mal, wie die Insektenboxen. Ja, das Geschäftliche muss natürlich... Ach, ich kann gar nicht mehr raus. Ja, ich habe eine Mission angenommen. So, dann habe ich noch, dass das Schiff irgendwann mal hier kommt, onscreen, weil... Ich habe ein paar Raritäten, die ich eintauschen kann. Also Sachen mit so Sternchen für die ich gute Sachen eintauschen kann. Und da möchte ich gerne ein paar neue Sachen haben. So, Cha-Cha habe ich absichtlich da gelassen, weil ich möchte mich da alleine stellen. So, die Rüstung, die ich jetzt hier trage, ist, glaube ich, ein bisschen feuerfest. Und was auch cool ist, ich bräuchte eigentlich gar keinen Kältetrank. Nehmen wir das auch mal mit. Weil das Ding ist irgendwie hitzeverträglich. So, wie ich das mitbekommen habe. Also, in der Zeit, bekomme ich keinen Schaden, wenn ich das Ding ertrage. Guck mal mal. Ausrüstung, nein. Status, hier. Wir haben... Ja, Wasserangriff plus. Habe ich aber nicht. Autoblocken, dann ist durch den Talismann. Ausdauer, Läufer, okay. Ich nehme an, damit haben wir weniger Ausdauer verbracht. Das stimmt vielleicht auch. Ich verbrauche auch gar nichts mehr, oder? Hitzebänden, Hitzeabwehr, ja. Ja, okay, das ist mir auch aufgefallen, dass ich irgendwie voll wenig Ausdauer verbrauche. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das hier an der Rüstung liegt. Okay, der Baroff hieß der, ne? Der wird lustig, da ist so das erste riesige Monster gegen das bekämpfen. Also, der ist schon ein anderes Kaliber, wie die letzten Monster, gegen die wir gekämpft haben. Finde ich. Obwohl der Ludroff oft gegen den gekämpft hat, bot der, ist so nervig zu bekämpfen. Der rollt sich immer so verschießen, das ist so kacke. Aber egal. Also. Ja, den erinnere ich mich auch noch. Der wird nicht so einfach sein. Ja, lass mich mal kurz gucken. Ich habe ja ganz viele Jäger-Notizen und so gekauft, wo wir hier schon ganz viele Monster sehen können. So, oder Barioff heißt der, ne. Barioff? Barioff hier. Barioff bleiben gewöhnlich unter dem Schlamm. Was? Barioff bleiben gewöhnlich unter dem Schlamm, vermutlich, um sie vor jetzt zu schützen. Sie werfen sogar zum Angreifen mit Schlamm. Sie attackieren vehement alles, was ihren Sumpf zu nahe kommt. Und der ist jetzt abgetaucht, sieht man da gerade. So, gucken wir uns das mal an. Äh, eines Monster in der Sand, indem wir schwache Waffen prallen von seinen harten Haut ab. Und die beste Zertipp am Angriff, manchmal alle Ameisenhaufen. Faszinierend. Okay. War ja ein grandioser Anfang. So, hier, was ist das? Ich kann eigentlich den Farbball werfen. Falscher Knopf. Ah! So, kann man gute Rüstung und so was alles. Aber schon ein paar Rüstkugeln und so was alles. Ah! Reingeballert. Werde macht die Viecher eher. So, ich glaube, den Schwanz kann man kaputt machen. Der Schwanz ist eigentlich immer ein guter Startpunkt, so. Und dann kaputt machen. Meine Güte, hier geht mir jetzt echt auch für Nerven, oder? Da. Ha! Oh, der hat die Ameise, äh, Ameise hat sich erledigt. Der Kampf kann ein bisschen lange dauern, so wie der Coopeko. Aber ich glaube, ich glaube, der so nervig ist wie der Coopeko-Kampf. Vor allem, weil ich versuchen will, den Schwanz abzuhacken. Wobei ich beim Blutropf schon Probleme habe. Wenn ich eigentlich eine Lanze oder so ausrüsten kann, die kann so nach oben angreifen, habe ich gemerkt. Okay, da kann ich vergessen anzugreifen. Da geht er wieder in den Schlamm. Und ich bekomme Schaden dadurch. Ich kann ihn ja eigentlich angreifen, während er sich im Schlamm wälzt. Weil ich glaube, im Bauch ist er nicht so gepanzert. Weil man ja sich so Gedanken macht für die Gegner, ne? Was wir normalerweise nicht in Bosskämpfen. Aber das ist ja Hauptaugenmarkt dieses Spiels. So, ich komme mir irgendwie nicht so an den Schwanz an. Deswegen greife ich mal ein anderes an. Beispiel seine Beine. Ich bin mir sicher, seinen Kopf kann ich bestimmt nicht angreifen. So, wer da passt jetzt schon alles ab. Oh Gott. Das kann man warten für den, der Rüstung ja anzufertigen. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, weil man alles an den kaputt machen kann. Diese grauen Sachen und... Oh Gott, nein. Oh Gott. Au. Ich glaube, diese grauen Sachen wachsen mal wieder nach. Das ist Schlamm, glaube ich. Gerd, das Schlamm. Wenn ich mich irre. Oh mein Gott. Geht halt nicht von alleine weg. Das ist auch gut. Gut, jetzt wenn der Schwanz ab ist, dann hat er auch nicht mehr so eine große Angriffsfläche. Mit meinem Blutropf schon aufgefallen. Geh weg. Wenn man zu früh ausweichen, dann kriegt er mich mit dem Cut-Angriff. Mal Wechselsort-Gebiet. So. Wie auch immer das möglich ist. So. Ähm. Wo bist du? Da bist du. Okay. Gut. Es ist nicht überall Schlamm hier in einem Gebiet. Also hier in einem allgemeinen Gebiet hier. Deswegen kann er sich nicht immer erneuern, glaube ich. So, hier ist glaube ich ein bisschen chilliger. Wie du frisst. Hab ich daneben getroffen. Ah, geht doch mal weg. Ich hab grad größere Probleme. Ist ja was so nervig, wenn ich die ganze Karte auf einen konzentriert, ne? Obwohl hier eine sehr viel größere Bedrohung rumläuft. als der Mensch. Au. Nicht rein kicken, bitte. Na. Ja, der Part könnte ein bisschen dauern. Oh Gott. So, dann kann ich 10 normale Trinke und 10 Mega Trinke dabei. Bin's mittlerweile Standard. Das hat Gefühl, ich hab ihn fast noch nie Schadener angerichtet. Okay, den seinen Beinen hat jetzt irgendwie was verloren. Sehr gut. Ding hab ich auch noch mitgenommen. Er hat die gleiche Tanzanimation wie Njagi. Oder ein Dings. Wir sind ja mal Wogi. So, weiß nicht. Sollte ich jetzt mal essen? Nö. Nö, doch. Okay. Ah. Dove Idee. Das muss man schon auf meine Trinke hier zurückgreifen. Meine Güte. Soll ich wahr? Oh Gott. Bis ja. Nein, 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 nein. Nicht damit treffen. Ich wäre voll nervig. Vielleicht auch mal schleifen, ne? Ich gehe mal so Dingern ziehen, äh, so sparsam mit meinen ganzen Sachen rum. Kommt schon. Na, super. Ich will nicht da treffen. Na, loskommen. So, jetzt schnell wetzen. Ich hab doch schnell wetze. Wow, das ist echt schnell gegangen. Oh, okay. Das ist noch ein guter Treffer gegen deinen Schweif. Verdammt. Nö. Mann, nur auf die wegzudrehen, Mann. Alter. Das ist das Kaktall nicht. Egal. Einfach mal sein Bein nehmen an. Mal seine Hände. Ich war irgendwie am Boden liegt, aber so ein bisschen Schwanzhafe. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Mann, auch damit. Ich werde mal live machen. What? In Angriff kann ich nicht. Sehr schön. Sein Panzer, da ist ab. Das glaube ich gut. Du hast irgendwas hinterlassen. Ja, damit. Mit Tränen wahrscheinlich, ne? Ja, ja. So, trink mal mal kurz. Na, ist immer noch kein Schlangen. Gut. Ja, der kann doch nicht. Der ist bestimmt noch nicht erledigt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die sind... Das ist bestimmt... Das ist eine ganze Ecke zähre, als irgendwie alle anderen Viecher, die wir bisher bekämpft haben. Oh Gott. Wie weit ich immer wegfliege, ne? Gott, oh Gott. So. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Ich glaube, die Sachen... ... tun doch immer nachwachsen, oder? Im Schlamm. Vielleicht kann man auch mal anzureiten. Gut, so. Oh Gott. Meine Schärfe hat schon wieder abgenommen, ne? Mann! Kannst du mal ein bisschen so in der Mitte gehen? Da ist irgendwie richtig doof zu kämpfen. Ich weiß mich wahrscheinlich wieder voll aus der Karte raus. Ja, aber das war nicht gut. Nein! Nein, was machst du da? Oh Gott! Das hätte man irgendwie besser regeln können, habe ich so das Gefühl. Nicht ins andere Gebiet rein schubsen, nicht ins andere Gebiet rein schubsen, bitte. Ich habe dort wieder ab. Dann kann ich aber kurz schärfen. Und der Raktion futtern war auch nicht schlecht. Und heilen. Aber jetzt ist er wieder im Schlammgebiet, glaube ich. Nee, 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 nicht. Schon gegen Fall dieses Grüne, ne? Dann schnappen wir uns, ey. Falls er irgendwie pennen geht oder so. Komm her! Jo! Was? Bei dem kommt voll Dampf aus dem Kopf raus. Los, greif' an. Ach, Mann. Oh Gott! Oh, komm her! Wieder war das abgetrennt. Gut. Oh. Ich habe den Schlamm geblockt. Okay. Oh, da liegt was. Oh, da liegt was Süßes. Noch eine Träne. Ich weiß bisher immer noch nicht, was die machen. Ich habe die geben, ein extra Bezahlung oder so. Ich meine, ich habe gar nicht so weit in der Truhe. Nein, nicht schon wieder. Jawohl. Kolossal. Häh, na, mit. Bauerfrückgrat. Autsch. Daraus kann man sich ein Schwert machen. Ein schönes. Kann man meistens so aus den Schweifen. Weil die ja schwer abzutrennen sind. Boah. Das kommt mir nicht hier in die Quere die ganze Zeit. Ich habe mich hier mit seinen abgetrennten Teil hier ab. Ah. Ich habe mich hier mit seinen abgetrennten Teil angreifen, Mann. Aus, komm her. Oh, geh weg. Ja. Ah. Auf mich mit dem Teil abzuschlagen. Also irgendwie krank. Aber ich merke gerade ja kein Farbball mehr. Muss mal ändern. Nein, nein, ich möchte dich nicht aus... Aua. Nicht aus den Augen verlieren, Mann. Ma. Ah. Nein. Okay, wenn der nächste Mal hat das Gebietwechsel, tue ich wieder ein bisschen schleifen. Was irgendwie jetzt der Fall ist, oder? Ja, renn ruhig weg. Ist auch besser für dich, Mann. So auch schleifen. Hey, das habe ich abgetrennt, das Ding. Da hat man sich, warum ich irgendwie schleifen erhöht habe. Mit dem Gericht. Nicht sowieso hier, hier ist mal außerhalb des Kampfschleife. Äh, nein, nicht da lang, da lang. Hm. Jetzt aber nicht anderen zu nervig wie er... Da seht ihr, ich bekomme keinen Hitze-Schaden wegen der Rüstung. Oh Gott. Ich tue ich von unten erledigen, na? Ich komme mir nicht raus, Hilfe. Ja, ich bin in ihm drin. Okay. Ich bin angefangen, ich auch nicht. Boah, der ist am Humpel im Boot. Mein X und A drückt man ja einige spezielle Angriffe anwenden. Ich habe es noch nicht mit einem Großschweig ausprobiert. Ich habe mich komisch. Einen komischen Angriff hier, der irgendwie sehr, weiß ich nicht, unbrauchbarer Aussage. Komm mal her, du. Oh Mann. Okay, ich dachte, er kommt wieder angerannt mit seinem Kopf. So, komm mal her. Bam, ich bin voll aufgeladen, ja. Kann ich auch kombo- und damit. Cool. Ich habe gemerkt, dass ich mit einem Schwert und Schild und mit Doppelschwerter und so spezielle Angriffe einsetze, aber ein Großschweig kann ich da noch nicht. Muss ich nicht abwehren. Hier, kein Lieben. So. Ja, mittlerweile, ah, also. Mittlerweile war jetzt, ich glaube, die nicht, die immer an bestimmten Orten nur sterben können. Der Kuropeko zum Beispiel tut immer nur an der Oase da irgendwie sterben, wenn ich gegen den Kämpfer. Und der Lodrop immer in sein Nest. Diese komischen Höhle. Da seht ihr. Einen Einschlag. Verstehe ich nicht. Muss den unbedingt hier töten. Bauaufpanzer, cool. Und 23 Minuten, gut. Bauaufsgalb. Ja, ich habe gewonnen. Ihr Blöden Kaffeecher. Ich hasse sie so sehr. Warum bringe ich das jetzt auf einmal zum Thema? Irgendeiner muss ich ja. Was? Ja, das passiert, wenn man auf dem Pad hier Gesten zugeteilt hat. Nicht einfach blind da drauf drücke. Rollin, 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 was? Sehr schön. Bin sauer. Hab gewonnen. Oh, hey, jetzt bin ich glücklich. Das ist wie so ein Bademantel, was ich da anhab. Mal so ein Schlafanzug irgendwie. So ein moderner. Ah, egal. Vom Kuropeko sieht man irgendwie noch bescheuert aus. Seht sich wahrscheinlich beim nächsten Mal an. Ah, war auf Klaue, cool. Objektbelohnung, ich nehme an, das ist... Na, wie war ein Träger, okay. Das ist einfach nur für Geld. Sandmoloch und Bauflägen. Das gucken wir uns irgendwann mal an. Erst mal kommt die Action. So, schön, ne? Okay, wir wollen wieder eine Menge Leute mit uns sprechen. Das machen wir aber dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Von Let's Play Monsta 3 Ultimate. Für die Bio. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.